Hallo, ich bin Lisa Sprenger von Mimobile und ich stehe neben dem wunderschönen Integra Line 695 EB, den ich Ihnen heute vorstelle. Der perfekte Liner für zwei bis vier Personen mit Einzelbetten hinten und Hubbett vorne, großer Garage und das alles auf einer Länge von sieben Metern. Hallo, mein Name ist Matthias Sprenger von Mimobile. Wir sind exklusiver Händler von Euramobil und Karmann und beschäftigen uns vor allem mit dem Abverkauf von Gebrauchtfahrzeugen aus einer großen Mietflotte, aus der Flotte der deutschen Reisemobile. Deutsche Reisemobile ist ein Tochterunternehmen von Euramobil und hat allein die Aufgabe, jedes Jahr 300 Euras und 100 Karmänner über den Umweg Vermietung in den Markt zu bringen. Dieses Programm nennen wir Early Bird. Je früher man kommt, desto günstiger der Preis, desto größer die Auswahl und wir haben eine relativ kurze Lieferzeit mit Auslieferung im Oktober. So, jetzt sind wir drin im Integra Line 695 EB. Im Hintergrund sehen Sie die schönen Einzelbetten. Über uns ist das Hubbett. Das zeige ich nachher nochmal. Wir haben hier eine wunderbare Ecksitzgruppe mit verschiebbarem Tisch. Einmal kann man den schieben, aber auch drehen in alle möglichen Richtungen. Findet jeder Platz dran, auf jeden Fall. So, in der Küche hier macht es richtig Spaß zu arbeiten. Wir haben nämlich wunderschöne Schubladen, wo man alles gut verstauen kann. Richtig schön groß. Hier hinten auch nochmal. Und wir haben oben Arbeitsfläche. Heißt, man kann auch mal was schnibbeln und abstellen. Zum Schnibbeln kann man auch die Rückseite von der Abdeckung benutzen. Das ist ein Schneidebrett. Kann man auch hier reinschieben. Dann ist das eine Ablage. Dann kommen wir einmal zum Kühlschrank. Schön groß. Mit Eisfach. Boden kann man rausnehmen. Dann wird das alles zu einem großen Kühlfach. Das Schöne an dem Kühlschrank ist, der hat eine Automatikoption. Heißt, der sucht sich selbstständig seine Energiequelle aus. Man muss den nicht mehr auf Batterie umstellen während der Fahrt und danach wieder das Gas auftreten oder so. Das macht der von selber. In dem Fahrzeug haben wir wunderschön große Einzelbetten in Längsrichtung. Der Vorteil ist, man kann bequem über die Stufe einsteigen, muss nicht übereinander drüber krabbeln. Man kann sie auch zum Doppelbett verbinden und dann das Kissen hinten einlegen. Unter den Betten hat es Schränke. Das sind keine Kriegsschränke, sondern wir können die Betten aufstellen. Kommt man also auch komfortabel von oben ran. Auf der anderen Seite genauso. Da haben wir keinen Schrank zum Hängen, sondern einen Schrank zum Legen. Und man sieht auch schon in die Garage runter. In dieser Kategorie haben alle Fahrzeuge eine Klimaanlage. Die ist hier hinten positioniert. Da gibt es eine Fernbedienung dazu. Lässt sich einfach bedienen. Nachdem man die Sitze abgeklappt hat, kann man das Hufbett runterziehen. Dazu einfach entriegeln und ziehen. Geht super einfach nach unten. Das ist nur ein Gummi, dass der Stoff nicht in die Mechanik kommt. Sobald es unten ist, kann man das aufmachen. Schön ist, wir haben oben immer ein Fenster. Heißt, da kommt auch Helligkeit rein. Und links und rechts Gläselämpchen. Das Bett ist 1,50 Meter auf 1,80 Meter. Ist nicht ganz so lang, aber die Füße können hier an der Seite auch noch rüber ragen. Besonders komfortabel ist hier das Plissé-Rollo. Der Vorteil ist, man kann es auch von unten nach oben fahren. So wie jetzt in die sogenannte Privacy-Stellung. Man selber kann oben noch rausgucken und hat Licht und Helligkeit. Aber kein anderer kann mehr reingucken, einfach weil wir höher sind. Außerdem, während der Fahrt, kann man es von oben bis hier nach unten fahren, wie eine Sonnenblende für die große Scheibe. Eura zeichnet sich aus durch stabilen Möbelbau. Das sieht man zum Beispiel hier an den robusten Scharnieren, an der Alu-Rüttelkante und an der Softlippe. Ich kann den ganzen Schrank wirklich knallen lassen. Da klappert nichts. Da bricht nichts aus. Also es ist einfach robust. Was auch schön ist, die indirekte Beleuchtung oben leuchtet auch in die Schränke rein. Wir sagen eigentlich immer, dass man die Euras bei Nacht vorführen müsste, weil es richtig schön kuschelig hier drin ist. Also es ist warmes Licht, indirekt, keine Strahler von oben oder so. Das spiegelt sich hier drin wieder. Also man fühlt sich hier drin einfach richtig wohl. Viel dazu trägt auch das helle Holzfeil. Das ist jetzt Chalet. Gibt es auch in dunklem Holz Nabara. Das Schöne am Bad ist, dass wir ein großes Waschbecken haben. Heißt man tropft nicht beim Gesicht waschen und so weiter. Ist einfach benutzerfreundlich. Das ist ein Schwenkwaschbecken. Zum Duschen wird es rüber geschwenkt. Dann werden die Kunststoffwände vorgeschoben. Eine schön große geräumige Dusche mit keinem Vorhang, der an einem klebt. Der Grundriss hat eine herrlich große Garage. Die Klappe ist 1,15 Meter. Da passen Räder wunderbar rein. Kann man hier an der Seite mit den Ankerschienen verzurren. Oder wir montieren bei uns in der Werkstatt auch gerne passgenaue Schienen für Ihre Fahrräder. Es gibt Stausysteme, die man montieren kann. Man kann auch von innen auf die Garage zugreifen, wenn man die Betten aufstellt. Die Höhe von der Garage ist mit viel Aufwand verbunden. Hier ist eigentlich der Fahrzeugboden. Der wurde nochmal extra abgesenkt um 15 Zentimeter, damit man eben mehr Höhe bekommt. Und hier sieht man auch ganz gut nochmal den Doppelboden. Hier drin sitzt die Wasserpumpe. Ist einfach gute Zugänglichkeit zur Wartung. Um das Fahrzeug winterfest zu machen, kommt man da super dran. Der doppelte Boden ist ein weiteres Qualitätsmerkmal von Eura. Das komplette Fahrzeug ist mit 11 Zentimetern unterkellert. Der doppelte Boden hat viele Vorteile. Stauraum, nicht viel, aber ein bisschen. Hinten kommen nochmal zwei Lupen. Winterfestigkeit. Wir sind doppelt isoliert gegen den Boden. Da drin laufen die Heizungsrohre. Das ist wie eine Fußbodenheizung im Winter. Und dritter Vorteil ist, wir sind auf einer Ebene überall. Es gibt keine Stufen über den Achsen. Heißt, keine Stolper fallen im Auto. Das hier ist GFK, Glasfaser verstärkter Kunststoff. Das ist ein weiteres Qualitätsmerkmal von Eura. Eura baut nur Voll-GFK-Fahrzeuge. Dadurch können Sie zehn Jahre Dichtigkeitsgarantie bekommen. Das Fahrzeug kann nicht mehr feucht werden. Auch die Decke ist eigentlich aus GFK. Hier sieht man das nicht, weil die mit einem Himmel bespannt ist. Das macht es hier drin richtig kuschelig. Eigentlich wäre die Decke oben so weiß wie die Wand hier. Das ist kalt. Durch diesen Venur-Flor, der oben drauf ist, tut es einmal Wärmedämmen, Schalldämmen. Und das schafft einfach eine kuschelige Atmosphäre. Außerdem reguliert es die Feuchtigkeit im Fahrzeug. Die Integra Lines sind die Luxus-Klasse bei uns in der Vermietung. Deswegen sind sie alle mit einem Fernseher ausgestattet, mit automatischer Sattanlage obendrauf. Fährt selber hoch, dreht sich rum und sucht sein Programm. Den Integra Line 695 EB haben wir mit 130 PS oder 150 PS. Optional gibt es den noch mit Arctic-Paket oder Prestige-Paket. Wir haben auch welche mit Automatik und mit beiden Holzdekoren. Sowohl Chalet, wie es hier steht, als auch Navarra. Also volle Auswahl für Sie. Ja, hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt. Und wenn dem so ist, rufen Sie uns doch einfach an und verabreden einen Termin. Wir sind ganz in der Nähe von Stuttgart, 15 Minuten weg vom Stadion. Direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf. Stattung von Paul Schorndorf. Alles klar, schreckend die Vergasmung zur B30-B30-B30-B40-B30-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B40-B